hallo ist der martin von meine manke ist das die dachsanalyse für nun montag den 25.04.2022 unser dachs hat ganz grimmig geguckt also mit lachendem gesicht war da sicherlich nicht mehr viel der hat ordentlich was nach unten rausgetreten und eigentlich ja das getan was wir besprochen hatten wir hatten im tageschart geguckt und haben gesagt also eigentlich über mehrere sachen ja wir sprechen immer was kann passieren wenn diese verkäufer sich zeigen was passiert wenn sich viele käufer zeigen denn wir legen uns eigentlich nie richtig fest dass man sagen morgen muss das passieren morgen muss das passieren sondern es ist immer so ein bisschen ein wenn dann prinzip aber das ist auch grundsätzlich so die herangehensweise bei einer analyse dass man einfach sagt okay ich bin nicht gott ich habe keine glaskugel ich weiß nicht was morgen passiert ich habe aber verschiedene muster zu hilfe die mir einfach bestimmte wahrscheinlichkeiten bieten wenn bestimmte situationen eintreten dass der markt dann so darauf reagiert gestern hat man gesagt wenn der markt jetzt hier eben weiter fällt weiter unter der 270 abtaucht dass er dann durchaus das potenzial auch hat auf 14.100 14.020 nach unten durchgereicht zu werden und genau das hat er getan also er hat nach oben keine höheren hoch sind gekriegt er hat am anfang das ist einmal immer zur seite geschiebe gewesen was er morgen gemacht hat und dann hat es nach unten rausgekriegelt so hat man das dann auch in unseren mails herumgeschickt für diejenigen die noch die updates bekommen hat man auch gesagt also muss er zwingen da die 360 rausnehmen sonst schieben den amerikaner noch mal unten raus und das haben sie getan und dann eigentlich volle möhre ausgefahren das ding also bis zurück auf einstand jetzt ist es natürlich interessant wir haben jetzt hier ein höheres hoch stehen wir kommen aus einer abwärtsbewegung heraus wir sind am abwärts trend gewesen haben abwärts wieder nicht gebrochen bekommen drehen wieder nach unten ein haben deutlich viel also deutlich schwung drauf das muss man einfach so sagen und man kann jetzt hier auch festhalten wenn es dem dax hier nicht gelingt und sich jetzt am montag relativ früh zu stabilisieren dass er einfach sagt okay ich nehme jetzt den druck aus der kerze wieder raus der markt hat irgendwas zum wochenende eingepreist oder zum freitag eingepreist was er erwartet hat fürs wochenende das ist jetzt nicht eingetreten also kann kann er die die das risiko wieder rausnehmen dann würde man sehen dass der markt klar und deutlich nach der exeter öffnung einfach nach oben steht dass er nach zehn uhr nach elf uhr einfach immer weiter hoch drückt neue tages hoch generiert und in so einem szenario würde ich dem dax sogar zutrauen dass es so eine kerze komplett wieder ausgearbeitet bekommt und sich halt wieder erholt na also bis in die 200 rein bis in die 300 rein 14.300 14.200 das wären so für mich wichtige schritte jetzt auf dem weg nach oben um sich wieder zu erholen um zu stabilisieren um zu sagen okay das was ich am freitag erwartet oder das was der markt am freitag erwartet hat das nicht eingetreten fertig ist so sollte das aber nicht der fall sein und der markt weiter schwäche zeigen dann kann der hier direkt durch die 14.000 durchschlagen das muss man auch ein bisschen vor augen behalten dass er einfach geöffnet ist er hat dynamik drin das heißt dann da ist jetzt das sind viele angespannt viele nervös haben vielleicht auch mal schneller den den die die den finger auf der maustaste zum verkaufen und dann dann drückt sind tiefer und dann hätte ich als nächstes hier eher so den bereich um 13.800 13 37 also so kurz unter unterhalb der unteren linie hier so 13 800 13 37 das wäre für mich so eine erste anlaufstelle die dann kommen könnte und wenn es voll wenn es vollkommen aus den ankern reißt dann ist hier unten bei 13 540 ja noch das offene gäbe es haben mir am freitag viele geschrieben martin martin frankreich war du hast du 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 hast das verpasst oder vergessen oder du hast da gar nichts zu gesagt ja wie soll man denn damit umgehen grundsätzlich müsst ihr auch verstehen also wie ich eingangs gesagt wir stehen wenn dann sind nach ihnen auf und das im markt ist scheißegal sein kann wie die wahl ausgeht also der markt reagiert einfach in seinem pattern er kann den pattern aufbrechen er kann den pattern in den trend beschleunigung schicken und einfach nur seine muster abarbeiten da kann es ihm auch vollkommen egal sein da kann die lepon gewinnen sie kann verlieren der mark kann trotzdem fallen selbst wenn sie verliert und marken wieder gewählt wird kann der mark trotzdem nach unten vollkommen eskalieren und beschleunigen das muss man immer ein bisschen trennen halten viele versuchen immer die marktbewegung in den nachrichten zu suchen aber letztendlich ist es eigentlich so dass die marktbewegung kommt in die nachrichten passen dann schon irgendwie hinten drauf drauf und im zweifel verdreht man sich mal irgendwie was und sagt jetzt dann plötzlich sind gestiegene euro preise doch gut für den markt oder doch dann stecht wird den markt das hat immer alles so gedreht wie man das gerade braucht also da wird ich erwarte auch nicht zu viel auswirkung von da von der wahl in frankreich ich weiß dass manche da sehr 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 tief sich mit beschäftigt haben und der meinung sind europa bricht dann zusammen und so weiter und so fort aus der erfahrung kann ich aber sagen egal wer wo wie wann gewählt wird außer in den usa ist alles egal es ist einfach so und ja also wir hatten auch schon in italien wahlen wo es wirklich darum ging dass auch in italien die die eurozone verlassen kann und so weiter rechtspopulistische strebungen dort irgendwo sind es ist immer wieder scheiß egal gewesen und die marktbewegung die man hatte hat letztendlich dann gar nicht so auf das gepasst was wir hier gesehen haben ja so dass wir immer wieder das eigentlich ignorieren können wir können sich nur reingucken auf den markt sagen okay wenn unter 2 70 geht dann fällt auf 100 auf 14 20 dann passt es genau in das was wir hier machen es ist perfekt die analyse angenommen ohne dass wir irgendwie nur ansatzweise darüber nachgedacht haben was da in frankreich gerade passiert es passt einfach genau wenn ich einfach viel gucke okay ich habe keine meinung ich war die wahl ist mir egal ich gucke einfach nur steigt der markt über eine 360 fällt er unter eine 270 handle das boom komme ich mit dem markt zurecht wenn ich aber versuche zu sagen ok ukraine krise muss ja alles zusammenbrechen und steigende preise und so weiter und die welt geht doch zugrunde ich muss jetzt hier nur shorten dann bin ich so jemand der dann im martin irgendwann mail schreibt haben wir jetzt heute erst wieder im posteingang drin gehabt hier martin ich habe geerbt 30.000 euro davon sind jetzt 27 weg bitte hilf mir hilf mir hilf mir ich überweist ja das alles bitte macht wieder die 30.000 daraus das geht nicht ja also dass das funktioniert so auch nicht und dass das ist aber immer wieder dieses triggern der leute es gibt immer wieder nach die leute sind der meinung der markt muss jetzt was machen auch bei trump war das so eine trump wurde gewählt das ist aber wirklich us wahlen sind das einzige wo ich sage da sollte man wirklich mal hingucken ansonsten interessiert das kein schwein halt aber da war das auch genauso ne der hat von trump gewählt alle welt dachte jetzt bricht hier der dritte weltkrieg aus und die 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 märkte brechen vollkommen zusammen was kam der märkte sind hoch haben neue allzeithochs gemacht und so weiter genau wie bei corona ne der markt ist vorher gefallen er ist vorher gefallen bevor die ersten lockdowns überhaupt in deutschland thema wurden der ist am tief gewesen haben wir in deutschland 100 infizierte gab das vergessen immer ganz viele dass in dem moment wo die zahlen überall gestiegen sind und die lockdowns immer wieder thema waren der markt eigentlich nur von allzeit hoch zu allzeit hoch gestiegen ist das darf man halt einfach nicht vergessen dass man wirklich markt bewegung und nachrichten einfach abkoppelt das ist ganz wichtig das muss man verstehen sonst ist man bei mir falsch einfach man ist hier falsch wenn man wenn man der meinung ist man muss nachrichten dann ist man hier wirklich in diesem sinne falsch und dann wird einem das auch nicht helfen weil man kriegt das was wir hier machen wirklich nur neutral umgesetzt wenn man im kopf einfach den reset button drückt und sagt ist mir scheißegal was morgen passiert ich weiß nicht was morgen passiert aber wenn das kommt dann handle ich das und das machen wir hier ja es geht nicht darum morgen zu wissen wo wo steht der markt was macht er für eine bewegung wie geht es auf sondern es geht einfach nur zu gucken was haben wir für pattern was haben wir für übliche bewegung wie würde der markt jetzt reagieren und da können wir einfach sagen okay wenn er nach 9 uhr nach 10 uhr neue hochs macht auf so eine kerze am freitag hat er gute chancen sich bis 14 200 14 300 zu erholen das heißt ich nutze das dann sehe ich den weiter schwach gucke ich mir den sehr genau an und habe vielleicht untergurt und einfach short bis ich irgendwo bei 13.800 13.730 angekommen bin dann reduziere ich erst mal gucke wie der markt sich dort bewegt und dann kann ich mir überlegen ob ich mir noch die 540 hier unten gebe na so punkt that's it mehr brauchen wir eigentlich gar nicht besprechen brauchen wir auch nicht auf den zwei stunden chart gucken das ist eigentlich alles hier abbildbar also da haben wir jetzt auch keinen neuen erkenntnis gewinnen hier sind die pfeile auch drin und bis zur 37 wenn den neuen tiefster fall punkt fertig aus hier wird erst wichtig wieder wenn wir hier aus der kante rausgehen im vierten versuch klappt es dann vielleicht mal und wir sagen können wir das erstmal hier kurz zurück stellen und von der arg versucht neutral zu handeln und verdrittelt euch einfach nicht halt immer risiko begrenzen chance offenheiten und dann kann man sich hier ein bisschen was dazu zu verdienen aber eben nicht auf krawall und vor allen dingen nicht mit geld was man braucht an anderer stelle das funktioniert nicht gut ich mache aus wünsche euch was gutes klingen bis morgen tschüss